Hallo, komm zu uns in die Steiermark, Österreich, 8844 Schöder oder www.römerturm.at Es ist der 19. März 2013, es hat gestern noch geschneit, jetzt nachmittags mit langsam untergehender Sonne noch ein paar schöne Aufnahmen. Hier ist das Bayerdorf, sehr ländliche Gegend, gelegen auf 900 Meter Seehöhe. Jetzt sind die schönsten Aufnahmen möglich durch die Kontraste, durch Schatten und Sonne, Schnee und dunkle Bäume sowie fast kein Laub an den Bäumen, also sieht man auch die Häuser, ein Zehenturm, ein Römer-Turm, wurde benutzt von den Römern dazu mal, die hier über den Sölkpass in das Enztal über den Säumerpfad zogen. Hier sind wir zu Hause, wir haben Sommer- und Wintersaison, naturpur, saubere Luft, reines Wasser, also trinkbares Wasser, Sie müssen kein Mineral mitnehmen von zu Hause, bei uns können Sie aus den Bächen trinken, es gibt Pilze im Wald, Mountainbiken, Fischen, Wandern, und alles, was das Herz begehrt. Besuchen Sie uns, der schöne Steiermark in Österreich oder auch unter www.greim.at Man sieht sich und Skifahren nicht vergessen im Winter, klar. Tschüss!